TURI 2 TV, des Branchenfernsehen Das Erbsenexperiment Florian Haller führt seit 2002 Serviceplan, die größte inhabergeführte Kommunikationsagentur Europas, und setzt auf internationale Expansionen. Europaweit wirbt Haller für BMW, Lufthansa und Lego. Petra Hahn hat 35 Jahre Erfahrung im Obst- und Gemüsehandel. Gemeinsam mit ihrem Mann und ihrer Schwester bringt sie an ihrem Traditionsstand auf dem Münchner Fiktualienmarkt frisches Grünzeug unter die Menschen. Für TURI 2 haben beide einen Tag lang die Rollen getauscht. Die Erkenntnis? Also bisher habe ich Obst- und Schneiderfahrung nur als Verbraucher, als Kunde auf dem Elisabeth-Markt bei mir um die Ecke. Zunächst einmal musst du versuchen, wahrscheinlich die richtigen Leute rauszufischen, die zu dir an den Stand kommen sollen. Und dann musst du natürlich erkennen, was die für Bedürfnisse haben. Und wenn du dann richtig guten Service bringst, hoffen, dass die dann auch wiederkommen. Ich habe einiges bei der Wärmung gelernt, dass wir am Markt doch gar nicht so ohne sind, weil auch hier geht es um hochwertige Produkte nach regionale Sachen. Und was ich auch toll gefunden habe, dass sich vieles bei uns im Kleinen hier etwas größer dann abspielt. Das war sehr, sehr aufschlussreich. Vielen Dank.